Bei GZSZ geht es in der nächsten Woche drunter und drüber. Während Zoe eine weitere Intrige plant, zieht Michis Seitensprung Konsequenzen nach sich. Dass Nicole den Hochzeitstermin plötzlich unbedingt vorziehen wollte, war für Michi eine willkommene Maßnahme, um sich von Maren abzulenken. Die plötzliche Eile macht ihn dennoch stutzig. Nun erfährt er den Grund. Nicole kann nicht weiter verbergen, wie verletzt sie ist, nachdem ihr Verlobter fremdgegangen ist. Sie erzählt ihm, dass sie ihn und Maren im Spätkauf gesehen hat. Auch, als die Wahrheit auf dem Tisch ist, wollen die beiden an ihrem Plan festhalten. Ausgerechnet von außen wird dieser ins Wanken gebracht. Tobias nimmt seine Pflicht als Trauzeuge ernst und redet seinem Freund kurz vor dem Standesamt ins Gewissen. Maren ist mir egal, behauptet dieser verärgert. Tobias weiß es besser. Das stimmt nicht und das weißt du auch. Der Bräutigam stellt sich stur. Doch Tobias Appell. Die richtige Entscheidung zu treffen, prallt an Michi nicht ab. Gzsz, Zoe hat den nächsten Plan. Nach Sohs Niederlage können John und Laura zunächst aufatmen. Es wurde auch Zeit, dass die zwei endlich wieder anfangen können, ihr Leben zu genießen. Doch wie sich in der kommenden Woche gute Zeiten, schlechte Zeiten herausstellt, ist der Frieden mal wieder trügerisch. Zu einfach wäre es wohl, wenn eine intrigante Auftragskillerin sich einfach so geschlagen gibt. Statt sich abführen zu lassen, hat sich Zoe durch eine List ins Krankenhaus befördert. Zwar ist sie auch dort mit Handschellen ans Bett gefesselt, hat aber genug Freiheit, um Pläne zu schmieden. Behilflich ist ihr dabei nicht nur ein Polizeibeamter, den sie auf ihre Seite gezogen hat, auch den Kardiologen im Jeremias will sie manipulieren. Kann sie die drohende Haftstrafe umgehen, indem sie sich eine Krankheit attestieren lässt? John nutzt die Ruhe vor dem Sturm derweil für etwas ganz Besonderes und macht Laura den lange geplanten Heiratsantrag. Die Freude über die Verlobung währt nicht lange, als sie erfahren, was Zoe aushäckt. Lilly und Nihat üben Familie. Nihat ist noch immer Feuer und Flamme, wenn er sich vorstellt, mit Lilly eine Familie zu gründen. Die nimmt von diesem Plan insgeheim immer mehr Abstand und will sich erstmal auf ihren Job konzentrieren. Als Paul kurzfristig einen Babysitter für Tom braucht, springt Nihat bereitwillig ein, um sein Können als vielleicht bald werdender Vater zu testen. Dabei erweist er sich als nicht besonders talentiert, ganz im Gegensatz zu Lilly, die ihm zur Hilfe kommt. Nach diesem kleinen Ausflug ins Elternsein, steht für Lilly noch etwas anderes auf dem Plan. Eine Verabredung mit Emily. Nachdem die beiden zuerst nicht viel miteinander anfangen konnten, haben sie sich inzwischen fast ein wenig angefreundet. Nach einem gemeinsamen Fernsehabend sind sie sich darüber aber gar nicht mehr so sicher. Z quatro ist die